Was geht Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen zurück zu einem neuen Video und hier spielen wir Ultimate Chicken Hots! Man! Wie geht's dir? Mir geht's immer gut, wenn ich dich höre. Ich danse, Digga. Ey, aber ohne Scheiß, ne? Kannst du mal bitte... Ey, ich hab Gehasse! Guck mal, guck mal! Wow! Alter, wie kannst du... Tut das nicht weh? Tut das nicht weh? Ich wusste ja nicht, dass das geht. Tut das nicht weh, Digga. Oh, ich hab Angst in dem Eisblock. Warte hier einfach. Oh nein, ich sterbe, ich sterbe. Oh! Wieso hast du das überlebt, Mann? Ja, weil der Eisblock ist vorher aufgeprallt. Ja, aber das hätte er nicht tun sollen. Ja, das sagst du, aber ich hab zum Glück überlebt. Und jetzt ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich gewinne. Wieso? Hä? Ja! Warte, warte, wo gibt das jetzt Sinn in deiner mathematischen Formel? Ähm, dass 1 plus 2 gleich 5 ist. 21. Okay, okay. Wie auch immer, ich mach den hier. Ich glaub, kommen wir da noch durch? Ich glaube nicht, oder? Wir müssen hier warten. Ja, das ist eine gute Idee. Wir warten hier einfach, wir warten. Ja, ja, wir kommen hier durch, kein Problem. Lass uns in der Zeit dancen, Bro. Dancen. Du danst ja voll gerne, das weiß ich ja mittlerweile. Oh nein. Wow. Ich hab voll Angst vor den Blöcken, aber kein Problem. Aber ich würde sagen, diese Map ist die beste Map, oder? Für mich ist das absolut die beste Map, wow. Hallo? Ich hoffe, ganz ehrlich, die bringen neue Maps raus, muss ich sagen. Ich hoffe es auch. Aber das Spiel ist ja noch irgendwie in der Alpha oder Beta. Ja, das Spiel ist ja noch voll neu. Ich hab voll lange schon in der Alpha oder Beta. Ja, weil meiste Spiele sind für eine Ewigkeit in der Alpha und in der Beta, oder wie auch immer. Garbage Day. Ja? Garbage Day. Garbage Day. Oh nein, das Spiel ist so lange schon. Ey, das ist so kacke, Alter. Das Spiel kann so gut sein. Es gibt so gute Spiele, aber dann machen sie den Weg einfach nicht weiter. Ich glaub, die machen da wirklich nicht weiter. Ne, machen's auch nicht. Oh nein, so dumm gestorben. Oh, jetzt machst du's voll easy bestimmt. Bitte, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Oh nein, du machst es voll easy. Oh mein Gott. Alter, das ist nicht dein Ernst, oder? Warte, 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 warte. Erstmal Distress. Ja, ist das okay? Geh jetzt einfach ins Ziel, bitte. Ich hol mir kurz einen runter. Okay. Okay. Hey, du bist so ein Zeitwischwärter. Ne, jetzt wo ich sterbe, lässt du dir so lange Zeit. Einfach nur um mehr... Es wird mir egal, ob man sich Zeit lässt oder nicht. Einfach nur um mehr zu provozieren. Oh nein, du hast die Falle genommen. Scheiße. Ja, ich möchte es nicht zu hart, man. Geh jetzt mal hier hin. Ich merks. Ey, die werden vielleicht manchmal aufgehalten von Eisblöcken, ne? Es muss jetzt. Es muss jetzt so sein, dass du... Warte, kommt jetzt die Pfeile an? Nein! Wieso passiert das jedes Mal? Wurde ich ein bisschen weg gestorben? Ey! Ich war durcheinander. Wie? Du nimmst doch die schwere Wege. Ich wollte... Ich find's cooler. Ey, das ist... Gib mal kurz einen runter. Ey, du bist so... Ey, ernsthaft. 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 Okay. Ah, Mann. Underdog! Ey, ich bin das erste Mal noch ein Underdog. Ey, warte. Ich versuche immer richtig schnell mit der Maus zu sein. Ich bin das erste Mal in meinem Leben Underdog. Hahaha. Ja. Ich hab übrigens die Münzen nicht rausgenommen. Mich nervt, dass du den unteren Weg nehmen kannst. Den einfachen Weg. Aber ich muss es auch tun. Wenn du es tust, muss ich auch den einfachen Weg nehmen. Was machst du da? Ja, klar. Man kann walljumpen machen von unten. Oh, nein. Okay, let's go. Ich geh hier... Oh. Ja! Warte. Warte. Yo, ich wusste grad nicht wer wer ist. Oh, mein Gott. Wie du... Ich wusste grad einfach nicht wer wer ist. Das ist richtig gut. Ich war voll verwirrt. Oh, mein Gott. Bitte stirbt. Oh, nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich wusste einfach nicht wer wer ist. Wow. Ja, vier oder später macht eh einer einen Fehler von uns, oder nicht? Ah. Aber Comeback, aber du führst noch. Du führst noch. Also noch muss das nix heißen. Äh, was nimmst du? Ich nimm das hier. Das müsste ganz gut sein. Ich pack das, ähm... Oh, das ist fies. Das könnte fies sein. Das ist fies, ja. Okay. Ich hol dich doch ein. Ich hol dich doch ein. Glaub mir. Ich rutsche nicht. Ich bleib mal hier hinten. Oh, mein Gott. Das ist so krank, Digga, ne? Macht aber voll... Wo bist du? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich bin tot. Ja, ernsthaft? Bist du tot? Ich bin wirklich tot. Oh, mein Gott. Ich hab gar nicht auf dich geachtet. Das hat mir voll Panik gemacht, dass ich dahinter gefallen bin. Ich hab gar nicht auf dich geachtet. Und dann kriegst du noch Pfeilpunkte. Alter, wie geil. Pfeilpunkte hab ich bekommen, Digga. Oh. Ey, jetzt nimmst du die Münze. Ist das dein Ernst? Ich könnte es theoretisch... Oh, ja. Das ist gut. Das... Okay, ich geh... Will ich... Oh, scheiße. Ich hab die Münze bekommen. Oh, nein. Ich bin tot. Oh, mein Gott. Du könntest die Münze holen und einfach aufholen. Oh, nein. Bitte schaff es nicht. Bitte schaff es nicht. Ja. Ja. Gott, das war... Alter. Oh, mein Gott. Was kommt denn da für ein Wuppereisblock an den Blumen? Das wär richtig gestört gewesen. Alter, du hast jetzt geschafft dann. Ich hab keine Ahnung, Alter. Oh. Das war voll der Rassisten-Eisblock. Wieso hast du denn schneller als ich? Oh. Ah, die Münze ist da wieder? Oh, nein. Du spurtst vor mir, oder? Ich glaub, einfach jeder hat eine Münze bekommen. Ey, ich hab sie. Hä? Stopp mal. Wieso hast du die? Das gibt gar keinen Sinn grad für mich. Ja, doch. Hast du... Ich hab sie. Ich hab beide. War doch als allererster durch die Münze durch. Ja, aber ich bin gerannt. Ja, ich doch auch. Nein, du nicht. Ich war vor... Ich war vor dir durch die Münze durch. Nein, es gibt keine Beweise. Hier, den hier. Dance mal. Stopp mal. Was ist das für... Meine Münze? Das kennst du eigentlich auch mal in deinem Leben, oder Niso? Ich hab dir das ehrlich gesagt wirklich nicht mehr. Ich war... Eigentlich... Weit vor... Schneller als du da. Nein! Ich hab dich mit mir verwechselt. Oh mein Gott. Schon wieder so ein Eisblock. Ey, diese Möp ist so scheiße schwer. Wie kommen so Eisblöcke? Das ist so schwer. Oh mein Gott. So dumm. So dumm. Bevor noch irgendwelche weiteren Komplikationen kommen. Oh mein Gott. Sechs meine Münze. Es ist so dumm. Au. Jetzt krieg ich schon ab. Oh. Aber die eine hab ich abgeschattert. Ich seh's. Wieso? Wieso nicht? Ja, wieso? Wieso nicht? Oh mein Gott. Hilfe. Ich hab... Nein, 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 nein. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Bin da. Bin da, Digga. Bin da. Ich wurde jetzt dreimal in Folge. Oh. Von irgendwelchen verkackten scheiß Eisblöcken. Oh. Digga, ich hab's geschafft. Ich glaub es nicht. Ich hab gewonnen. Mit Eisblöcken. Ich hab gewonnen. Meine Fresse. Digga, das Gefühl kenn ich. Das ist echt hart bestimmt für dich, oder? Zu verlieren. Ist das nicht hart für dich zu verlieren? Das Witzige ist, es war wirklich immer dieselbe Stelle. Da kommen wirklich diese Eisblöcken runter. Die denken sich, ha, ein Schwarzer. Okay, wuh. Ja, die sind echt recht radikal, ne? Wow, das hat echt weh getan. Okay, wir haben uns entschieden, den Wasserfall zu spielen, weil wir ihn lange nicht mehr gespielt haben. Oh, yes. Du musst es doch möglich machen. Ah, das bringt doch eh nicht, oder? Ja, es bringt... Ah, hier hast du mal gewonnen. Ich erinnere mich, Alter. Ey, kann man es überhaupt schaffen? Nein, geht nicht. Fall runter. Beschwende keine Zeit. Vielleicht kannst du ja Wasserfall hochklettern. Vielleicht geht das ja. Stell dir vor, das würde gehen. Nein. Dass du auf Wasserfall in Hochklettern könntest. Nein, schwarz kann nicht schwimmen. Ah, ja, stimmt. Aber du bist ja nur halb schwarz. Das bedeutet... Ja, was bringt es mir, wenn einer am schwimmen kann? Das bedeutet, dein Penis ist nur halb so groß wie der von einem... Okay, Themawechsel. La, la, la. Okay. Wow. Was denn? Was war das für eine Aussage? Oh, nein! Bitte stirb! Nein! Oh mein Gott, ich fünze! Nein! Ich fünze! Nein! Ich fünze! Ich fünze das nicht wahr! Oh nein! Alter Scheiße! Wieso hab ich die da... Diese Map, da bist du echt besser als ich, glaube ich. Nein, Quatsch. Ey, doch. Auf dieser Map bist du richtig gut. Okay, ich riskier's. Ich mach's nochmal. Nein! Was? Also jetzt übertreibst du deine Lage, Bro. Nein! 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 Ich bin einfach zu scheitlich gesprungen! Nein! Nein! Das Wasser kam so früh! Digga, hör auf! Hör auf damit! Weißt du, was ne Lernkurve ist? Nein! Wenn du siehst, dass ich dadurch sterbe! Ja! Dann machst du's besser! Nein! Yo, dann machst du's besser! Nein! Ey, jetzt hast du's easy! Oh mein Gott! Jetzt übertreibst du aber gleich deine Lage, ne? Jetzt über... Nein, 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 nein! Oh, ist das eh! Oh mein Gott! Wieso fällt man da bitte runter? Ich weiß es... Ey, Digga, sobald ich meinen Städtisch habe, ne? Und ich stehen kann, wirst du zerst... Stückelt! Hast du mich verstanden? Okay! Ey, das ist doch... Das ist doch nicht wahr! Ich mach jetzt... Komm, wir machen's jetzt! Okay, das ist fies! Digga, jetzt übertreibst du aber ein bisschen meine Arge... Oh nein! Oh nein! Oh, 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 oh! Digga, ich hab einfach Angst! Ah! Oh mein Gott! Bitte stirb! Oh nein! Oh nein! Ich kann das Spiel nicht mehr spielen! Das ist so dumm! Wie konntest du... Das ist so dumm! Wir müssen irgendwas tun! Wir müssen was tun! Oh mein Gott! Es ist so... Ey, wir müssen das Spiel auf das Spielen! Wir müssen ja unbedingt was tun! Wir sacken so hart, Alter! Wir sacken so hart! Ich will das auch nicht zu einfach machen! Ach komm, wir... Alles auf dem Weg... Ja, weil du abführen bist, ne? Abführen! Du Führer! Ah! Ah! Oh mein Gott! Ey, du kannst... Ich hab Angst! Guck, jetzt siehst du das Wasser... Siehst du den Pippi-Strand? Ich hab Angst einfach! Ja, da gibt's keine Münze! Wieder gibt's keine Münze! Dann geht die Tür auf! Dann geht die Tür auf! Digga, mach doch einfach! Ich muss jetzt auch auf das obere Ding warten! Ja, mach! Los! Wow! Wow! Digga, man geht nicht... Man kann nicht auf offenen Türen stehen! Ich dachte, dass sie vielleicht noch im Flug zugeht, du Horst! Du hast... Ja... Nein! Ich schaff's sogar noch! Warte, warte! Ey, du willst so provozieren, ne? Du lässt dir so lange Zeit, Alter! Du bist so ein Zeitverschwender! Du spielst mit Controller! Du kannst einfach dein Hin und Herder machen! Ich muss mit Tastatur! Ja, na und? Deswegen brauch ich auch mehr Zeit! Ja, nee, brauchst du nicht! Doch! Du brauchst mehr Rechtsradikalität in deinem Leben! Ah, sorry! Ja! Äh, ich bin aber nicht rechtsradikal! Nein, gar nicht! Doch, bist du! Ich bin so links wie die linke Seite! Okay, platzier das da, los! Der war so schlecht! Ja, das war echt... Okay! Du bist so... Was? Du bist so schlecht wie... Okay! Oh nein! Man kann nicht auf offenen Türen stehen! Oh mein Gott! Der ist klar, man kann nicht auf... Alter, ich bin fast gestorben! Aber... Weißt du, hast dir klar? Ich bin in der Tür stacke! Oh mein Gott! Diese Tür nervt voll! Ey, in diesem Fall lassen wir uns eigentlich auf eine scheiß Tür hier oben! Ey, eigentlich kann man doch... Warte mal! Kann man nicht hier stehen? Oder kann man stehen? Nein! Oh mein Gott! Wie... Digga! Nein! 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 Konzentration! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh nein! Nein! Du hast deine Münze hingetan? Ja! Du hinterlistiges Stück Scheiße! Oh mein Gott! Hast du da wirklich eine Münze hingetan? Oh nein! Wenn das Ding da platziert, ist das zu gemein! Oh nein! Das ist doch so dumm! Wie konnte denn... Wie kann das passieren? Wie du gerade gestorben bist, das weiß ich auch nicht! Ja! Ich auch nicht! Ich finde mich hier in so einer richtig komischen Situation! Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dieses Scheiß Teil, ne? Dieses Teil da oben das Nerven! Ja! Man hat doch so ein richtiges Teil mir! Das verschwindet so Zeit, Alter! Nein! 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 Oh mein Gott! Du lebst noch! Das hasste ich so sehr, ne? Ja ey! Ganz ehrlich! Wir haben die untere Etage richtig sicher gemacht! Ja! Haben wir auch! Leider! Jetzt! Geh doch! Oh mein Gott! Wieso geht die Tür so schnell? Oh mein Gott! Das war so lange, ist der One! Diese Map ist so ein Abfuck, Alter! Komm schon! Mach die Tür so! Jetzt! Oh Mann! Wieso kniehst du es hin? Das nervt mich so extrem! Weil es nicht gerade schwer ist! Es ist wirklich nur warten! Kannst du nicht einfach sterben? Wow! Das tut weh! Ja! Oh! Dann nimmt er mir! Oh mein Gott! Jetzt können wir es das erste Mal ein bisschen schwerer machen! Ja! Aber wie? Ich glaube, das wird zu ätzend, um ehrlich zu sein! Das wird richtig krank ätzend! Mach das niemals dahin! Das wäre zu ätzend! Doch! Ich will es halt ätzend machen! Das ist das Ding! Oh ja! Das ist gut! Bleibt es da! Ah, das dreht sich mit! Jaja! Deswegen kann man ja... Oh nein! Das bleibt doch theoretisch! Wir müssen noch mehr warten! Ne! Da war es nicht auf! Oh ja! Stirb! Ja! Du stirbst! Oh mein Gott! Wenn du es jetzt schaffst, kriegst du Fallenpunkte! Oh! Ich krieg so viele Punkte, wenn ich es jetzt schaffe! Ah! Das ist so intensiv! Ich habe keinen Bock mehr! Ich muss auf so viele Scheiße warten! Guck mal, wie ich achten muss! Auf die Scheiße! Am Ende stirbst du noch eh! Ja! Dreh dich schneller! Dreh dich schneller! Witzig! Nein, Zeit! Nein! Hey, Digga! Das ist jetzt so behindert! Hey! Theoretisch! Du musst auf die Tür warten! Ja! Genau! Genau! Jetzt! Jetzt! Ja! Oh mein Gott! Ich lebe noch! Echt riskant! Oh mein Gott! Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß! Nein! 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 Oh mein Gott! 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 Das ist so intensiv, Digga! Oh! 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 Nein! Oh! 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 Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, Digga! Ey! Das Ding, was ich da rechts platziert habe, fliegt gar nicht so hoch wie ich dachte! Ey! Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll! Das ist mein Problem! Ich weiß nicht! Wie soll man das hinbekommen? Das Ding ist, die Treppe hat es nicht wirklich ersetzt, ne? Weil die ist zu weit hinten! Ey! Ich habe eine Idee! Oh! Es wird aber schwer umzusetzen! Oh! Weißt du, was mein Plan war eigentlich? Ja! Siehst du da rechts das Teil, was ich platziert habe? Rechts sehe ich immer alles! Oh! Mann! Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel! Aber jetzt... Oh mein Gott! Nein! Das Teil doch auf der rechten Seite, ne? Nein! Wenn das oben ist, sollte man eigentlich eventuell auf das andere Teil davon laufen bringen können! Dieses Löwe fuckt so ab, Alter! Es fuckt so hart ab! Oh mein Gott! Ist das hardcore! Eigentlich... Es sind nicht mehr viele Runden! Ich will eigentlich gar nichts machen! Nichts böses! Oh nein! Ich muss ja noch die Chance haben! Ja! So! Oh mein Gott! Ich muss... Oh mein Gott! Oh ja! Das kann nicht dein Erd sein! Du kleine Stück Scheiße! Oh! Das finde ich sehr gut gerade! Ich hab mal schwer! Aber wieso... Was? Nee! Der Angst, dass das Level wirklich schwerer macht! Das bist du! Ja! Das ist echt dumm! Das ist aber auch... Ja! Nee! Ich muss es ja schwerer machen! Weil... Ich muss auf jeden Fall sicherstellen, dass du es... In dem Fall auf jeden Fall nicht schaffst! Aber ich sterbe doch schon am Anfang! Ja, stimmt! Ich hab geschafft! Oh mein Gott! Aber das war richtig knapp! Also ich bin jetzt für die Underdog-Punkte! Ja! Ich weiß... Ohne Münze wird das jetzt nicht reichen! Nee! Aber wollen wir... Oh! Nein! Doch! Das ist nicht dein Ernst! Doch! Ist mein kompletter Ernst jetzt! Los! Pack die nach oben! Pack die nach oben! Pack die nach oben! Wenn du ein Mann bist, hättest du sie nach oben packen sollen! Wenn du ein Mann bist, dann spielst du ohne Münzen! Wenn du ein Mann bist, dann schneidest du jetzt deinen Penis ab! Oh mein Gott! Wenn du jetzt noch verlierst, ne? Ich hasse diese Münzen! Wirklich! Digga! Wenn du jetzt noch verlierst, ne? Ja! Ich würde so lachen, ne? Die Münze wartet gerade auf mich, Digga! Ich stehe gar nicht damit mit Münzen! Digga, die Münze wartet gerade auf mich! Aha! Ey, jetzt die Münze unten was bekommen! Ah! Nein! Nein! What?! Ich hätte es jetzt aufholen können! Du hast die Münze unten was bekommen! Danke für die Münze! Das macht das irgendwie doch einflussvoller! Oh mein Gott! Das war so dumm! Das war so falsch! Aber okay! Das war's für diese Folge! Willst du noch was sagen? Ne! Alles ist gesagt! Okay! Schauen wir euch noch einen wichtigen Link, wenn es dir gefallen hat, dann zeig ich euch better es. Du bist so lecker, dass ich das Video abonniere jetzt. Und wir sind das schon bei, ich werde dich im nächsten Video sehen. Dann zeig ich euch immer noch 3, 2, 1. Schau!